Gegen eine woke-linke Szene schimpft der Influencer Finn Kliemann in seinem neuesten Instagram-Video. Der in die Kritik geratende Geschäftsmann und Musiker stellt sich in dem Selfie-Video vor seine Mitstreiter, mit denen er das Kliemannsland betreibt. Eine Art Abenteuerspielplatz für Erwachsene bei Bremen. Er selbst habe Fehler gemacht, so Kliemann, doch das habe nichts mit dem Kliemannsland zu tun. Gegen Finn Kliemann läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts. Es geht um seine Verbindung zu einer Textilfirma und um die Frage, ob die Herkunft von Schutzmasken, die nicht in Europa, sondern in Asien produziert worden waren, bewusst verschwiegen wurde. Der Satiriker Jan Böhmermann hatte den Fall aufgedeckt. Der Satiriker Jan Böhmermann hat den Fall aufgedeckt.